Hey, wir werden immer wieder damit konfrontiert, verkauft ihr nicht meine Daten und macht damit eigentlich Geld? Bleibt mir vorneweg, nein, das tun wir nicht. Und in diesem Video soll es aber genau darum gehen, nämlich Nummer 1. Drei handfeste Gründe, die du nicht weg argumentieren kannst, logisch nachvollziehbar, warum wir das nicht tun. Und im zweiten Teil stelle ich die Hypothese auf und sage, was wäre denn eigentlich, wenn wir deine Daten verkaufen würden? Und hast du nicht vielleicht schon Jahrzehnte oder Jahre lang deine Daten verkauft, ohne dass du es wirklich weißt? Und das ist wirklich ein super spannendes Thema und das ist die schonungslose Wahrheit, mit der ich heute aufräume und das wird dich echt erschrecken. Eine Sache ist wichtig, dieses Video soll nicht dazu dienen, dich davon zu überzeugen, irgendwie bei uns jetzt Mitspieler zu werden oder irgendwas anderes zu werden. Gottes Willen, nein. Es dient lediglich rein als Denkanschluss und Inspiration. Ich kann dich nicht überzeugen, das musst du selbst, aber was ich tun kann, ist dir die Entscheidung leichter zu fällen, mitzumachen oder nicht. Mein Name ist Markus Wolf, ich bin Mitgründer von Robert Hood und wir haben ein System entwickelt, mit dem wir seit acht Jahren Sportwetten kalkulierbarer machen. Zusammen mit meinem Team wetten wir jeden einzelnen Tag und setzen mittlerweile über 20 Millionen Euro an Wetteinsatz pro Jahr um. Das ist legal, juristisch geprüft und machen damit, also ortsunabhängig, planbar und unlimitiert Geld und verdienen dadurch eben Geld. Wir haben bereits über 1000 Menschen dabei geholfen, mit Sportwetten online Geld zu verdienen und unsere Topwettexperten verdienen weit über 10.000 Euro im Monat damit. Und wir machen hier diese Videos auf dem YouTube-Channel, damit du das auch schaffen kannst. Okay, ich beginne jetzt also mit dem ersten Teil, den ich versprochen habe, nämlich drei handfeste Gründe, logisch nachvollziehbare Gründe, warum wir deine Daten nicht verkaufen und dadurch Geld machen. Nummer eins, du wirst offiziell Teil einer Tippgemeinschaft bei uns, du wirst Mitspieler. Bei uns kriegst du nicht Geld gegen eine Anmeldung, du wirst Teil einer Tippgemeinschaft und zwar im Bereich des Matchbetting. Es ist also Matchbetting plus Tippgemeinschaften, diese Kombination. Und was wir machen, du wirst Mitspieler und wir transferieren unser Wett-Know-how und gewinnen dadurch eben Geld. Das wird dann am Ende aufgeteilt und du erhältst daraus eben einen Gewinnanteil. Und wir benennen diesen Gewinnanteil oder unser Angebot heißt daher, als Mitspieler kostenlos 200 Euro zu verdienen. Das ist aber kein Fixbetrag, das ist ein Minimumbetrag. Du kannst diesen Betrag erhöhen durch extra Mithilfe, nämlich du kannst mitentscheiden, wie gewettet wird und du kannst weitere Dinge tun, damit das der Gewinnanteil sich erhöht. Nummer zwei, dadurch, dass es keinen Fixbetrag gibt, können wir damit auch nicht, also kaufen wir nicht quasi deine Daten gegen Betrag X. Es ist eine Tippgemeinschaft, die darüber, über den Gewinnanteil oder über die Gewinnhöhe entscheidet, wie wir wetten, Nummer eins. Und Nummer zwei, auch wie du hilfst. Simple. Damit fällt das schon raus. Und Nummer drei, einer der wichtigsten Faktoren ist, dass wir auch noch zusammen mit einem Datenschutzbeauftragten arbeiten und das freiwillig seit vielen, vielen Jahren. Also wir haben einen Datenschutzbeauftragten, der immer wieder darauf schaut, wie wir mit den Daten umgehen. Und hey, ganz im Ernst, wenn wir deine Daten verkaufen würden, sorry, aber dann würde er nicht Datenschutzbeauftragter sein. Das ist ein Jurist. Stell dir vor, dass ein Datenschutzbeauftragter eigentlich jemand ist, der von der Behörde bestellt wird und schaut damit, dass Unternehmen sauber mit den Daten umgehen und nichts machen, was dem Gesetz widersprechen. Und wir haben nicht in unserer Datenschutzerklärung drinstehen, dass wir irgendwelche Daten verkaufen. So, fertig. Wir arbeiten also streng DSGVO-konform. Dieser Datenschutzbeauftragter schaut regelmäßig drauf, was wir tun. So als Hinweis auch noch, wenn sowas nur einmal rauskommen würde, dass wir das tun, was du denkst, also Daten verkaufen und damit Geld machen, können wir den Laden dicht machen. Wir können schließen. Was wären wir für ein Laden? Ich meine, wir machen das seit acht Jahren. Wir haben zigtausend Menschen dabei geholfen, damit Geld zu verdienen. Warum sollten wir das tun? Das macht gar keinen Sinn. Das ist also Teil 1 gewesen, wo es darum ging, dir zu sagen, okay, das sind halt diese drei handfesten Nachweise. Jetzt kommt der zweite Teil und das ist der spannende Teil. Denn es geht darum, reine Hypothese, also nicht hinnehmen, nicht annehmen, sondern einfach nur, was wäre, wenn ihr doch meine Daten verkauft und damit Geld macht? Gehe ich mal auf diesen Satz ein. Wie entsteht dieser Satz überhaupt? Der Satz entsteht in der Regel, weil du dir sagst, hey, ich habe Angst um meine Daten. Hey, ich habe Angst, dass da irgendwie was Komisches oder Illegales gemacht wird. Heißt also im Endeffekt, hey, ich vertraue euch nicht. Oder meine Daten landen wahrscheinlich im Darknet. Oder es heißt vielleicht sogar, ihr gebt euch irgendwelchen dritten Personen oder Firmen irgendwie meine Daten. Dann rufen die mich ungewollt an oder schreiben mir. Oder es heißt vielleicht, ich will nur meine Daten an große Firmen geben, nicht an so kleine Firmen. Deswegen, ihr seid klein, also nur im Verhältnis und das war's. Oder vielleicht der letzte Punkt ist auch, es könnte heißen, meine Daten sind mir wichtig und ich will steuern oder kontrollieren, wer sie hat. Ich gehe mal kurz auf den letzten Punkt noch ein. Du kannst nichts kontrollieren, ja, also gar nichts, null. Also es geht nicht. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, sind deine Handlungen. Aber du kannst nichts, was du jemand anderem gibst, kontrollieren. Ja, das ist ein Trugschluss. Das ist jetzt so in allen Lebensbereichen der Fall. Also du kannst dich selbst, kannst du dich ein Stück weit kontrollieren, aber alles, was außerhalb passiert, niemals. Das Einzige, was du tun kannst, ist, das anzunehmen und damit was zu machen. Also entweder das als Problem zu sehen, direkt eine Lösung zu finden und so weiter und so fort. Aber das ist ein Trugschluss. Sobald du dich irgendwo anmeldest, gibst du irgendwem dritten deine Daten, das war's. Du weißt nichts, du kannst nicht kontrollieren, was die machen. Null. Gar nicht. So ist es. Jetzt gebe ich dir mal die Denkanstöße mit. Also das ist so, was unserer Meinung nach der Satz bedeutet, wenn uns jemand diesen Satz sagt. Ja, hey, ihr verkauft meine Daten. Denkanstoß. Wir klammern mal das Internet komplett aus. Wir fangen mal an mit deiner Geburt. Nach deiner Geburt wohnst du in der Regel bei deinen Eltern, ja, oder in wenigen Fällen halt in einem anderen Familienteil oder bei Ersatzmutter etc. Sei mal dahingestellt. Irgendwo wohnst du. Und dann erhältst du irgendwann auch deinen Ausweis. Und irgendwann bist du 18, richtig? Und dann folgt irgendwann ein Auszug. Und der Auszug, darauf folgt dann das Einwohnermeldeamt. Oder du ziehst nicht aus, aber irgendwer, irgendwann, irgendwem musst du halt sagen, wo du wohnst. Ja, ich weiß jetzt nicht, mit welchem Alter das ist, aber bei der Behörde musst du angeben, wo du wohnst. Worauf ich hinaus will ist, diese Geschichte, was wäre, wenn wir also deine Daten verkaufen würden und hast du nicht schon deine Daten Jahrzehnte oder Jahre lang sowieso schon verkauft? Und dir ist es noch nicht bewusst. Und jetzt gebe ich dir mal so ein paar Denkanschlüsse mit. Sicherlich ist das nicht das Ganze, worüber man sich unterhalten kann, aber es sind extrem entscheidende Dinge, die dir einfach helfen zu verstehen und dir selbst einfach den Denkanschluss geben. Okay, dieser Satz macht eigentlich wenig Sinn aufgrund meiner Handlungen, die ich bisher getan habe. Du bist also beim Einwohnermeldeamt, gehst dorthin, sagst, hey, ich wohne da oder du kriegst deinen ersten Ausweis. In dem Ausweis steht dir, wo du wohnst. Und was passiert jetzt als nächstes? Vielleicht kannst du es schon ahnen. GEZ. Du gehst halt zum Einwohnermeldeamt, holst eine Meldebescheinigung etc., wo auch immer du jetzt wohnst. Das musst du angeben per Gesetz, du musst angeben, wo du wohnst. Sonst gibt es auch ganz drakonische Strafen. Und dann kommt plötzlich ein Brief irgendwann von der GEZ. Jetzt ist meine Frage, wo haben die denn die Daten? Hast du irgendwo unterschrieben, dass, hey, ja, ihr könnt gerne meine Daten an die GEZ weitergeben? Glaube ich nicht, richtig? Das unterschreibst du nicht. Und ich möchte jetzt einmal kurz mein Bildschirm teilen, weil es gibt hier einen sehr interessanten Blogartikel von einem Doktor, der im Bereich Cybersicherheit unterwegs ist. Und die Firma auch externe Datenschutzbeauftragten sind und so weiter und so fort. Deswegen richte ich jetzt mal zum Bildschirm und gehe kurz auf diesen Artikel ein. Woher weiß eigentlich die GEZ, wo ich wohne? Grundsätzlich musst du bei jedem Wohnzug dem Einwohnermeldeamt das auch mitteilen. Und die GEZ kennt immer als allererste deine neue Anschrift. Ihr weißt sofort, wo du wohnst. Und du hast es nicht unterschrieben. Du hast nicht unterschrieben, hey, gib mal bitte die Daten an die GEZ weiter. Steht nirgends wo. Prüf es den nächsten Mal. Prüf es, wenn du irgendwie umziehst. Und schau, wenn du dich ummeldest, ob das irgendwo steht, was du da machst. Und das ist total okay, weil der Staat sagt, jo, es ist in Ordnung. So, deswegen musst du es akzeptieren. Willst du es überhaupt? Nein, die meisten wollen es gar nicht. Es gibt aber Leute, die sagen, ja, ich will das, weil Öffentlich-Rechtliche und all diese Geschichten, ich will das mir ja anhören und so weiter. Cool, alles in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Es gibt auch Leute, die schauen sich die Sachen nicht an. Die hören auch kein Radio, die schauen sich auch nicht die Öffentlich-Rechtlichen an. Zeilen es trotzdem richtig. Hier ist es ganz cool beschrieben, ja. Nicht nur, dass die GEZ deine Daten erhält einfach so, sondern, wie es hier schon steht, wenig später in der Haustür klingelt es, sondern es steht nicht die Oma Bertha, sondern Ex-Freund Tobi an der Tür, der bereits 2000 Glühwein genossen hat oder mehr genossen hat, als vielleicht ratsam gewesen wäre, woher Tobi überhaupt die neue Anschrift kennt, fragt man sich da spontan. Wenn die Oma aus dem Internet leitet zurück, na toll, war da nicht mal was mit Datenschutz? Wieso kann eine Privatperson einfach meine Adresse herausfinden? Das ist die Frage. Tatsächlich ist es so, im Übrigen den Artikel verlinke ich hier drunter, dass jeder selbst mit einem, also nicht mal ohne Angabe von einem Grund, deine Adresse herausfinden kann. Crazy. Kann die einfach anfragen. Das war's. Einfach so. Und du sagst jetzt, ja hier, ich hab Angst um meine Daten, ich bin mir so unsicher und was passiert da? Jeder Mensch kann deine Daten rausfinden. Einfach so, hier, lies dir diesen Artikel einfach durch. Und das ist nicht irgendein Artikel von irgendwem. Du kannst hier über den ganzen, über den Blog nachlesen, wer dahinter steckt. Super seriös. Alles top. Ist crazy. Ist richtig verrückt. Der nächste Punkt ist Strom. Du meldest dich also an. Naja, du musst ja Strom beziehen, richtig? Jetzt hast du also irgendwo einen Stromanbieter. In der Regel ist es am Anfang der normale Stromanbieter lokal, der irgendwie dich übernimmt für einen Monat oder so, bis du entschieden hast, zu welchem Stromanbieter du gehst. Automatisch. Die wissen sofort, hast du das irgendwo unterschrieben? Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt mal ohne das Internet. Es ist einfach nur, du bist eine Person, du lebst in Deutschland oder Österreich, ich weiß nicht, ob es in Österreich die GZ gibt. Ich spreche jetzt hier vorwiegend Deutschsprachiger an, aber sicherlich gibt es in Österreich auch irgendetwas, das automatisch vermittelt wird. Strom wird sicherlich genau der gleiche Fall sein. GZ ist Deutschsprachiger, also im deutschen Raum, also Deutschland gemeint. Das war's. Wir haben nicht mal das, ich habe nicht mal das Internet angesprochen, niemand hat das Smartphone angesprochen, nur das. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, das Internet. Und das geht heute gar nichts mehr. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich verkaufe doch die Daten oder was macht ihr da mit meinen Daten und so weiter. Im Ernst, 199,9% bist du auf irgendeiner Social Media Plattform angemeldet. Irgendeiner Plattform oder du nutzt irgendein amerikanisches Unternehmen oder du nutzt irgendeine Text-App, mit der du irgendwie schreiben kannst. 100, also 99%. Sobald du dich anmeldest auf Social Media, passiert nämlich folgendes, es werden deine Daten an Millionen Unternehmen verkauft. Diese Unternehmen haben eventuell jetzt nicht deine Adresse, die sie eh rauskriegen könnten. Also vielleicht jetzt nicht als Firma, aber sicherlich kann man da tricksen und einfach anfragen, wie wir gesehen oder gelesen haben in einem Artikel. Du kannst einfach anfragen und dann würde man das eh rausfinden. Nichtsdestotrotz, bei Social Media ist es so, dass du auf manchen Plattformen eh deinen Ausweis hochladen musst. Also damit haben sie eh deine Daten schon, also ob, wo du wohnst, etc. und alles von dir. Also zumindest datenmäßig, was deine Person angeht. Und sie haben zusätzlich noch dein Verhalten. Social Media weiß alles von dir. Wann du auf die Toilette gehst, wann du groß musst, wann du Pizza bestellst, wann deine Katze auf die Toilette geht. Alles, wo du wohnst, wo du dich bewegst, wohin du gehst, was du bestellst. Alles. Soweit du dich auf einer Plattform anmeldest, ist es schon vorbei. Und nicht nur das, sondern Firmen kaufen das quasi ein, das ist die bezahlte Werbung, um dir dementsprechend über deinen Algorithmus Angebote mitzuteilen, die für dich passen könnten aufgrund deines Verhaltens. Man weiß alles über dich. Also wenn du nicht gerade eine Person bist, die nirgends wo da angemeldet ist. Echt, das Argument, was könnte da mit meinen Daten passieren und ihr verkauft meine Daten. Hey, die werden schon lange verkauft. Seit der Anmeldung auf Social Media von dir. Und du bestätigst es sogar. Freiwillig. Hast du sogar freilich, ich sag ja nicht, dass es illegal ist. Nein. Ich sage, du hast es freiwillig bestätigt. Das hast du gemacht. Wahrscheinlich ohne, dass du es weißt. Aber naja, dir muss es bewusst sein. Du siehst ja andauernd Werbung. Jetzt kommen wir zum dritten Smartphone. Dein Handy hört dir zu. Dein Smartphone hört zu. Das kennt man jetzt schon einige Jahre. Vor ein paar Jahren war das irgendwie neu. Ich glaube vor drei, vier oder so. Du sitzt irgendwo in einem Raum mit Freunden, erzählst dich über irgendein Thema, erwähnst irgendetwas ganz häufig. Und dann, was passiert? Du kriegst wenige Stunden später plötzlich die Werbung von irgendwas, worüber ihr geredet habt. Oder Nachrichten, News, irgendetwas über diese Person oder irgendwen, über das ihr gesprochen habt. Irgendein Thema Tennis, ich weiß es nicht. Auch hier wieder, ein Unternehmen kann dir etwas zeigen, dich kontaktieren, natürlich nicht anrufen, aber sie schreiben dir im Prinzip. Sie sagen dir, hey, pass auf, du hast dich darüber unterhalten, schau mal. Und dasselbe ist, hey, schau mal, wir haben hier ein neues Auto für dich, du hast dich darüber unterhalten, willst du nicht kaufen? Oder mach doch eine Probefahrt. Du hast deine Daten schon lange verkauft. Du hast es schon lange gemacht. Ist schon vorbei. Mein vierter Punkt, eine persönliche Story, die ich dir mitgeben will, nämlich der Stromanbieter. Als ich in einem bestimmten Ort gewohnt habe in Deutschland, war es so, dass ich zugezogen bin. Und dann habe ich automatisch für einen Monat den Stromanbieter, den lokalen Stromanbieter genommen. Also ich bin erst dann gewechselt zu einem, den ich gewählt habe. Der Stromanbieter hatte meine Daten, hat dann natürlich Geld eingezogen und so weiter, alles okay. Ich bin dann, habe dann gewechselt. So, Achtung, pass auf. Zwei Jahre später erhalte ich einen Brief von dem Stromanbieter, in dem steht, hey, wir wurden gehackt. Ihre Daten sind davon betroffen. Die Hackergruppe, die das gehackt hat, die hat die Daten im Darknet veröffentlicht. Die wollen eine Million Euro, beziehungsweise, nee, sie haben es ihnen noch nicht veröffentlicht. Die wollen eine Million Euro. Wenn wir das nicht zahlen, veröffentlichen sie die Daten. So, im Übrigen, wir machen keine Geschäfte mit Kriminellen. Deswegen werden wir das nicht zahlen. Tut uns, tut uns leid. Das war's. Fertig. Stromanbieter, lokaler Stromanbieter. Von der Ortschaft selbst. Das war's. Dadurch, dass wir juristisch geprüft sind, etc., haben wir viel auch mit Anwälten zu tun, beziehungsweise wir haben Anwälte, sind ja juristisch beraten, schon seit vielen Jahren. Und ich bin hin und hab gesagt, yo, was los, was können wir da machen? Viel kann man da nicht machen. Wenn ich in den USA wäre, wäre ich jetzt Multimillionär und wäre superreit. Aber das war's. Du kannst nichts tun. Außer die Quintessenz. Ich wurde tatsächlich, weil sie ja nicht verhandelt haben, angerufen. Jeden Tag, 30, 40 Mal, mit anderen Nummern. Ich hab die immer alle blockiert, bis es irgendwann mir nach drei Wochen auf den Sack ging und ich hab meine Nummer gewechselt. Egal, wie viel ich blockiert hab, die haben weiterhin angerufen. Das ist die Geschichte. Du hast deine Daten schon lange verkauft und du weißt schon lange nicht mehr, was mit deinen Daten passiert. Ist schon vorbei. Das klingt echt hart. Und am Ende siehst du an auch so einer Geschichte, dass es leider niemanden interessiert. Aber das Gute ist, uns interessiert es. Denn wir haben selbst erfahren an persönlichen Geschichten, wie scheiße das ist. Und ich kann dir garantieren, dass wir deine Daten genauso damit umgehen, wie wir es mit unseren eigenen tun würden. Und ich hab ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf sowas. Nie wieder. Ja, es ist nur Stress. Es bringt nichts Positives. Und weiß Gott, wer sonst noch irgendwie jetzt meine Daten hat. Aber hey, das war's. Ich kann's nur akzeptieren. Wenn ich die Hypothese nehme, wir verkaufen deine Daten, dann muss ich dir jetzt leider sagen, das hast du schon seit Jahren oder Jahrzehnten getan. Und spannend dabei ist, keine einzige Firma hat da jemals irgendwas dafür bezahlt. Und wir nehmen jetzt mal an, wir würden es tun, dann wären wir tatsächlich die erste Firma, die das machen. Wir sind die erste Firma, bei der du Geld verdienen kannst durch sowas. Aber wie gesagt, wir tun das nicht. Der zweite Teil war eine reine Hypothese. Denk mal drüber nach. ... ... ... Vielen Dank.